Die meisten Patienten, die zu uns kommen, sind wirklich erschöpft, haben keine Kräfte mehr, ihre Probleme zu lösen und bringen meistens nicht nur ein Problem mit, sondern ein Riesenproblemberg, der sie eigentlich erdrückt. Klettertherapie schafft es wirklich auf eine, sagen ich mal, fast wie von außen gesehen, eine magische Art und Weise, die Menschen wieder in Bewegung, in Handlung zu bringen und wegzuholen von dem Grübeln und dem sich selber negativ aufladen. Dann hilft uns die Natur, da wirklich Grundkräfte wieder zu aktivieren und so zu ordnen. Natur ist der absolute Bonus, den wir eben hier in Suche für eine Therapie bieten können. Und der Mensch wieder lernt wirklich auf sich Gründe zu vertrauen und dadurch auch wieder Hoffnung schöpft, Handlungsenergie, Handlungsmotivation schöpft, um an die Lebensprobleme auch wieder heranzugehen. Remarkt Am 1,2,3,4, 5,6,7,1,5,7,7,1,5,7,1,2,3,5, Mikro, D-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win. Untertitelung des ZDF, 2020